Du wirst aus einem Partygirl keine Freundin machen, die dreimal die Woche mit dir abends Netflix guckt und entspannt. Sie würde sich eingesperrt fühlen. Sie braucht permanente Aufmerksamkeit von verschiedenen Gurken, um von ihren Unsicherheiten davon zu laufen. Mein Hund ist wirklich krank. Sogenannte Partygirls wirken immer so energetisch, voller Lebensenergie. Versteht mich nicht falsch, sie wedeln gleichzeitig mit so vielen roten Flaggen umher, dass man sie nicht als Beziehungspotenzial sehen kann. Aber die meisten Männer würden trotzdem behaupten, die wecken in einem die Lust. Die haben einfach viel Energie, die sind meistens extrovertiert. Sie bringen einem im aktuellen Moment eine Menge Spaß. Ein introvertierter Mann, der die meiste Zeit alleine ist im Alltag, der dann ein extrovertiertes Partygirl kennenlernt, Er wird in der Regel seine Augen nicht von ihr lassen können. Nicht nur, weil sie weiß, wie sie ihre sexuellen Reize spielen lassen kann, sondern weil sie das Zentrum des Geschehens sein will. Es bringt introvertierte Menschen ebenfalls dazu, aus sich herauszukommen. Und hier besteht auch die Gefahr. Fokussiert sich ein Partygirl dann ausschließlich auf den Introvertierten, dann fühlt er sich wie neu geboren. Er kommt aus sich heraus. Es fühlt sich so an, als würde er ganz neue Seiten an sich entdecken. Ein Partygirl ist in der Lage, dir genau diese Gefühle zu vermitteln. Sie geben dir das Gefühl, der besonderste Mensch auf diesem Planeten zu sein. Wenn all ihre Aufmerksamkeit auf dich fokussiert ist, dann fühlst du dich lebendig. Männer, die sich dieser Dynamik nicht bewusst sind, verlieren komplett den Frame und wollen dann immer mehr und mehr. Die wollen so einen als feste Freundin haben, denn dann können die sich immer so fühlen. Das soll bitte zu einem Dauerzustand werden und das geht doch nur über diese eine Frau. Und ich spüre seine Bemühungen. Ich habe euch hier gerade eines der größten Probleme geschildert, die durch die postmoderne Fähkonditionierung im Männergehirn entstanden ist. Was ich euch hier erklärt habe, ist ein Wunschdenken. Das wird nicht passieren. Partygirls funktionieren im Kern einfach ganz anders. Es gibt einen Grund, warum sie so energiegeladen sind. Warum sie ständig rausgehen, feiern, saufen und regelmäßig Aufmerksamkeit von verschiedenen Sch***en brauchen. Sie laufen vor etwas davon, vor einer inneren Leere. Sie wollen sich mit sich selbst nicht auseinandersetzen, deshalb suchen sie permanente Ablenkung. Das ist das Leben von Partygirls. An einem Tag gehen sie am Vormittag mit einem Orbiter shoppen. Es fühlt sich gut an, wie er sie insgeheim begehrt. Morgen gibt es eine Party hier, übermorgen gibt es eine Party dort. Alkohol und Kippen dürfen da natürlich in der Regel nicht fehlen, sonst kommt die innere Unzufriedenheit wieder zum Vorschein. Permanente Ablenkung von außen, um eben nicht nach innen schauen zu müssen. Mit einem Partygirl kann man temporär einen Riesenspaß haben. Doch jeder Mann, der versucht so eine zu seiner Freundin zu machen, versucht sie zu bändigen, sodass sie sich nur noch auf ihn fokussiert. Deine Vision von einer idealen, monogamen Beziehung ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt mit so einem Partygirl, weil du ihr damit das nehmen würdest, was sie braucht. Sie wird sich früher oder später wie in einem Gefängnis fühlen und braucht wieder den Kick. Ich will auch nochmal kurz differenzieren. Es gibt schließlich mehr als genug sogenannte Beziehungen, wo ein Partygirl sich dann trotzdem weiterhin alles gönnt. Der Freund darf sie dann gerne von und nach Partys abholen. Mädelsabende, Reisen, Durstweilen auf Social Media sind inbegriffen. Solange du ihrer Sexualstrategie keine Grenzen setzt, in dem Fall kannst du natürlich gerne als Statussymbol dienen. Du solltest ihm zu Weihnachten Nähzeug schenken. Dann kann er sich seine verfluchten Eier wieder annähen. Es wird nicht lange dauern. Sie wird betrügen, ohne dass du es merkst. Und in anderen Fällen wird sie es öffentlich machen, sodass sie mehr Drama, mehr Spannung, mehr Emotionen auslösen kann. So sehr mir die Männer leidtun, die wegen solchen Ausgangssituationen zu mir in die Beratung kommen, muss ich auch immer wieder erwähnen, ihr habt Verantwortung zu übernehmen für eure Entscheidungen bei der Partnerwahl. Man kann die Schuld nicht nur auf Frauen schieben. Wer mit dem Feuer spielt, der wird sich schließlich auch mal verbrennen. Aber was soll ich jetzt machen? Das ist mir scheißegal. Jetzt stellt sich die Frage, würdest du diese Erfahrung nicht einfach mal gerne selbst machen? Willst du wissen, wie es ist, wenn ein Partygirl dir ihre volle Aufmerksamkeit schenkt? Hast du ein wenig Aufholarbeit geleistet und stehst im SMB-Bereich ganz gut da? Dann ist es eine Option. Geh feiern. Genieß die Zeit. Du wirst schließlich daraus lernen. Du wirst viel Aufmerksamkeit von anderen Gurken bekommen, weil du eine hübsche Zeitbombe an der Seite hast. Andere Frauen werden dich auch anstarren, dir vermehrte Interessenssignale geben. Lass es einfach mal geschehen, ohne überhaupt an eine Beziehung mit ihr zu denken, denn sonst geht es nach hinten los. Du wirst aus einem Partygirl keine Freundin machen, die dreimal die Woche mit dir abends Netflix guckt und entspannt. Sie würde sich eingesperrt fühlen. Sie braucht permanente Aufmerksamkeit von verschiedenen Gurken, um von ihren Unsicherheiten davon zu laufen. Jetzt würden sich dann einige fragen, ja, warum fängt ein Partygirl dann an, mir all ihre Aufmerksamkeit zu schenken? Wieso fängt sie denn mit dem Lovebombing an, wenn sie eigentlich keine Beziehung mit mir sucht? Das ergibt doch gar keinen Sinn! Na, weil sie wissen will, ob sie dich haben kann. Das pusht ihr Ego. Sobald sie das Gefühl bekommt, dass sie dich rein theoretisch haben kann, indem sie dafür sorgt, dass du mehr in sie investierst als sie in dich, wird sie sich als Resultat immer weiter distanzieren. Partygirls sind Aufmerksamkeitsjunkies. Sie beziehen Lebensenergie durch die Bestätigung von anderen Gurken, sowie Vampire nach Menschenbluttrachten. Sie haben keinen intrinsisch gefestigten Selbstwert, deshalb suchen sie es extern und das massig. Einem Partygirl ist es nur wichtig, was andere von ihr denken. Wenn sie weiß, was andere sie wollen, dann bekommt sie vermittelt, etwas wert zu sein. Lovebombing ist nur ein Mittel zum Zweck. Es geht darum, einen Mann dazu zu bringen, sich Hals über Kopf in sie zu verknallen. Hat sie ihr Ziel erreicht, dann hat sie das Spiel zu Ende gespielt. Sie hat das Spiel durch und es wird langweilig. Es wird Zeit für ein neues Spiel. Würdest du als Mann also etwas verpassen, wenn du diese Erfahrung nicht mal selbst machen würdest? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden, aber einige Denkansätze will ich euch mitgeben. Ich bin in meinen Teenies und in meinen frühen Zwanzigern schon einige Male auf Lovebombing reingefallen. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und ich bin weitergezogen. Ohne Zweifel hat es meinen Charakter gestärkt und auch meine Wahrnehmung über Frauen. Ich glaube aber nicht, dass jeder Mann diese Fehler selbst machen muss. Ihr seid im Prinzip jetzt durch dieses eine Video schon schlauer, als ich es damals war. Geht ruhig feiern, lernt Partygirls kennen und ihr werdet auch zeitnah spüren, wie es sich anfühlt, wenn das Lovebombing beginnt. Für Partygirls fühlt es sich ja auch real an, bis sie eben die Sicherheit haben, dass sie dich haben können. Dann geht das Interesse eben flöten. Seid ihr klug, dann könnt ihr natürlich geschickt vorgehen. Solange ihr weniger investiert, werdet ihr gejagt. Die andere Option würde darin bestehen, aus den Fehlern von anderen zu lernen. Die meisten Männer machen nun mal diese Fehler, weil sie nicht erkennen, warum Partygirls so sind, wie sie sind. Lasst mich euch auch diesen einen Ratschlag geben. Je mehr ihr intrinsisch an Selbstbewusstsein gewinnt, desto weniger braucht ihr auch weibliche Bestätigung. Früher, da hat es mich bestätigt, mit hübschen Frauen unterwegs zu sein. Andere Frauen starren nicht permanent an, geben die Interessensignale. Das gab mir früher einen Ego-Boost. So habe ich mich, wie Partygirls, extern validieren lassen. Mein Schrein wird deine Haut nicht retten. Mittlerweile brauche ich sowas nicht mehr, weil ich ganz einfach keine innere Leere mehr zu stopfen habe. Ich bin so ziemlich glücklich und zufrieden im Leben, aber mehr geht natürlich immer. Unerfahrene Männer projizieren gerne ein aufregendes und spannendes Leben mit so einer Frau. Und wenn man mal darüber nachdenkt, die suchen damit nun mal auch eine Ablenkung vom eigenen Leben. Die leben noch in dieser Hollywood-Seelenverwandten-Fantasie, wo die eine perfekte Frau irgendwo auf einen wartet. Dann können die sich in ihre Welt fallen lassen und das Leben wird schön. Sobald ihr in der Hinsicht ein wenig Aufholarbeit leistet und ihr euch körperlich und mental fortbildet, werdet ihr auch ein ganz anderes Bild von Frauen kriegen. Lernt, was ihr wirklich wollt im Leben. Ihr habt nur dieses eine Leben. Festigt euren Frame und dann lasst ihr auch nur noch Leute in den Rahmen, die ähnlichen Werten folgen. Eine relativ stressfreie und ruhige Frau, die dich im Leben komplementiert, die wird dann gerne mal bevorzugt. Aber ja, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen machen wollt, dann nur zu. Euch sollte jedoch bewusst sein, dass ihr hier eine Menge Zeit verschwendet. Ihr wisst in dem Fall eben, dass ihr selbst noch eine innere Leere in euch spürt. Ihr wisst, dass Partygirls ebenfalls diese innere Leere in sich haben. Anstatt also all diese Informationen nochmal bestätigt zu bekommen, könnt ihr rein theoretisch auch direkt aus den Fehlern von anderen lernen. Wenn du doch weißt, dass ein Partygirl kein Beziehungsmaterial ist, aber du gerne eine Beziehung führen willst mit einer femininen Frau, dann sind Nachtclubs nicht der richtige Ort für dich. Willst du es dennoch selbst erfahren, dann bitte sachlich und rational an die Sache rangehen. Sobald das Lovebombing beginnt, sollten die Alarmglocken angehen. Hatte Alpha-Mentalität etwa recht? Will sie nur gucken, ob sie mich haben kann? Halt sie mal schön ein wenig auf Distanz und guck zu, wie sie regelrecht abhängig wird. Sonst wirst du abhängig und sie verliert das Interesse. Biete ihr ein Spiel, das sie nicht so leicht durchspielen kann und vergiss eine Beziehung. Biete ihr ein Spiel, das sie nicht so leicht durchspielen kann.